Kurz Pause gemacht. Ich hab grad was entdeckt. Genau. Mal sehen was wir jetzt machen. Kommt da ganz schön viel rein, ne? Über die Straße, da wird der Verkehr natürlich entlastet, dann wird der ganze Verkehr da hier ankommt über die Hauptstraße laufen und das würde ein riesengroßes Chaos verursachen. Oh ja. Kann man das jetzt hier noch updaten? Also das kann man alles updaten. Da machen wir es updatebar, oder? So. Wird sehr, sehr oft genutzt, ja? Gerade auch die Strecke, ja. Hm. Müll. Müll ist das Problem gerade hier. Müll ist gerade ein Problem. Müll ist gerade ein Problem. Nee. Hier. Können wir mal im Tarang hochgehen? Ja, ne? Wir gehen hier mal im Tarang hoch. So. Ist der runter? Nee. Nee. So möchte ich es ja nicht haben. Vielleicht so eventuell. Nee. 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 wir gehen in den Tarant. Äh. So. Die Strasse. So. Oh, nicht abgerissen. Aber jetzt hier ran. und diese dieser Ort ist bereits belegt st ach so ok so ist ein bisschen eng aber es geht schon klar Einrichtung ist leer hier ist gerade viel los auf der Autobahn ist am meisten los meines achtens nach oder ja trotz die Ampeln aus sind machen die ja trotzdem noch haben die ja schon alles bebaut ach guck mal alles bebaut super können wir hier weiter machen wenn wir aufgehört haben so 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 genau genau so da von da müssen wir jetzt wieder was abreißen aber glaube ich nicht so schlimm nicht so tragisch so zumindest nochmal ganz kurz den Weg ran führen dann können wir auch schon ausweisen so der Strom müsste sich ratzfatz verteilen und noch ganz schnell das Wasser hier anmachen dann nämlich noch kein Wasser die Leute Strom ist auch schon übergegangen super so so ja und hier nochmal kleine Industrie wo ich hier so machen äh Industrie Commercial meinte ich Commercial und der Lärm ist das hier eine Belästigung so kurz mal schauen äh ne einen drunter ja minimal deswegen würde ich doch gerne hier ein paar Bäume entsetzen und Bäume gibt es hier und wir haben eine große Auswahl von Bäumen wenn wir alleine schon hier seht und ganz viele Blumen genau alles was das Herz begehrt gehen wir mal ein bisschen weiter vorne das sind die schöneren Bäume scrollen scrollen einiges habe ich ja auch noch nicht ausprobiert muss man dazu auch ehrlich zugeben aber der schaut doch cool aus kann doch hier ideal mit so her ansetzen und da wird das Geräusch Limit auch noch ein bisschen äh verringert möchte ich mal meinen von so ein paar einzelnen Bäumen jetzt nicht großartig aber das kann sich schon zeigen lassen so jetzt wird es auch schon Tag jetzt können wir auch hier einfach die 1 die Taste 1 drücke dann äh guckt man diese schönen Bäume an ah der gefällt mir da jetzt nicht so den hatten wir jetzt auch noch nicht das sind die Herbst Bäume dazu das ist die Winter Bäume dazu gibt es auch noch Pilze aber die passen ja irgendwie überhaupt nicht rein das kleine Tannen kleine Fichte diese Tannen da kann man doch eine kleine Plantage hin bauen also so kleine Spielereien die bleiben nicht aus die bleiben einfach nicht aus so hier können wir zum Beispiel sagen wird eigentlich nicht mehr gebraucht kann man ja sagen so das sind doch ein paar große Bäume dabei wir können die kleinen auch auf so eine Plantage ersetzen dann kann ich mal kurz hier hin die großen dann nehmen wir zu rein hier ist wieder der kleiner setzen wir uns wieder hier hin hier ist wieder eine große dann kommt das mal hier hin dann erstmal hier auch den weg machen dann kommt die große hin kleiner hin mittelgroßer mittelgroß groß groß klein so 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 das können wir mal so klein mit reinstellen weiß man sofort da kommt man in ein kleines Forstgebiet der kleine wieder vor noch ein kleiner noch ein kleiner ich höre gleich ein bisschen belebter aus dann ist zumindest der großstadt lärm hier ein bisschen weg das ist ganz geäst noch mal so viel leicht das jetzt auch nicht aus zumindest hier leuchtet es jetzt nicht so viel aus aber da die jetzt einen eigenen lärm produzieren ist es auch ein bisschen ich möchte jetzt nicht sagen unerträglicher aber hier zum beispiel ist es wahrscheinlich ein bisschen unerträglicher weil das die straße produziert aber da kann man auch nicht viel machen wir wollen schon wieder wohnungen haben das bleibt manchmal nicht so aus ne wenn man das jetzt hier mal so anschaut sich mal mit der einsetzt mit tab auf dem boden dann funktioniert nicht so ganz dann geht's dann geht's dann geht's dann geht's